Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus dem Fotografieren für Anfängerkurs. Heute möchte ich dir mal erklären, was der Weißabgleich ist. Was kann man damit machen? Wie kann man damit kreativ werden? Und wie verändert ist mein Foto? Das alles erfährst du jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Je nachdem, wie du deinen Weißabgleich in der Kamera einstellst, kann dein Foto entweder sehr warm und damit einladend wirken oder aber kühl und damit, ich will nicht sagen abstoßend, aber eher so frostig. Und das kannst du, wie gesagt, in der Kamera einstellen. Wie du den Weißabgleich einstellst, ist auch wieder von Kamera zu Kamera etwas unterschiedlich. Der einfachste Weg ist entweder, dass du direkt einen Button hier irgendwo hast in der Kamera und dann das einstellen kannst oder du gehst über das Kameramenü und das können wir jetzt hier einfach mal machen. Ich gehe jetzt hier einfach mal in das Menü rein und werde dann unter Fotoaufnahme dann mir hier mal den Weißabgleich raussuchen. Hier haben wir ihn, Weißabgleich und im Moment steht er bei mir auf automatisch. Das heißt, die Kamera analysiert quasi selber das Bild und macht daraus einen automatischen Weißabgleich. Gerade bei Produktfotos sollte der Weißabgleich immer so eingestellt werden, dass ein weißes Blatt Papier auch wirklich weiß dargestellt wird. Das ist immer so ein bisschen das Ziel dahinter, dass man quasi wirklich eine farbgetreue Wiedergabe hat. Es kann aber auch sein, dass du deinen Weißabgleich nutzen möchtest, um etwas kreativ zu werden. Zum Beispiel jetzt wie hier in der Landschaftsfotografie kann man seinen Weißabgleich ruhig und gerne auch mal ein bisschen wärmer einstellen, damit man den Sonnenuntergang noch ein bisschen mehr betont. Oder vielleicht auch ein bisschen kühler, wenn du in der Nacht fotografierst, um einfach diese Stimmung noch so ein bisschen mehr zu betonen, die du da reinbringen möchtest. Aber um das zu tun, musst du aus dem automatischen Weißabgleich natürlich rausgehen. Dann macht das nämlich die Kamera nicht mehr selber, sondern dann kannst du es selber einstellen. Und genau das machen wir jetzt einfach mal. Wie gesagt, hier im Menü unter Weißabgleich könnte ich jetzt zum Beispiel mal hier auf bewölkter Himmel gehen. Wenn du dir das jetzt mal anguckst hier, heute ist es bewölkt, also passt doch bewölkter Himmel mal schon ganz gut. Das stelle ich jetzt einfach mal ein. Und im nächsten Punkt kann ich jetzt hier noch so ein bisschen die Farben anpassen. Das heißt, ich könnte ein bisschen mehr grünstichig werden oder ich könnte auch ein bisschen mehr magentalastig werden. Ich lasse es jetzt erstmal hier genauso in der Mitte, drücke einmal auf OK und das Ganze ist jetzt entsprechend eingestellt. Und jetzt sieht man auch schon, dass sich die Farben ein kleines bisschen geändert haben. Es ist ein kleines bisschen wärmer geworden, dieses Bild. Und jetzt gehe ich nochmal ins Menü rein, nochmal in den Weißabgleich und diesmal wähle ich den Weißabgleich Schatten. Und Schatten bewirkt, dass das ganze Bild noch ein bisschen gelblicher dargestellt wird. Und gehen wir jetzt hier einfach nochmal auf OK, schauen uns das Ganze jetzt nochmal an und du siehst, okay, wir haben jetzt ein richtig gelbstichiges Bild. Wie gesagt, in jeder Situation brauchst du einen etwas anderen Weißabgleich, weil natürlich jede Umgebung eine andere Farbtemperatur hat. Wenn du drinnen fotografierst, hast du zum Beispiel ganz anderes Umgebungslicht und auch einen anderen Weißabgleich als draußen. Und das wäre jetzt auch mal deine erste Aufgabe, dass du mal probierst, den Weißabgleich hier auf zum Beispiel Schatten zu stellen. Und dann machst du einfach mal draußen eine Aufnahme und gehst mit dem gleichen Weißabgleich in der Kamera eingestellt nach drinnen und machst dort auch mal eine Aufnahme. Und dann wirst du feststellen, dass das Bild drinnen wesentlich gelbstichiger ist als draußen. Und das hat einfach den Grund, dass wir unterschiedliche Farbtemperaturen in unterschiedlichen Umgebungen haben. Das kannst du jetzt als erstes einfach mal machen und mal so ein bisschen ausprobieren, wie das Ganze dann funktioniert. Ich zeige dir jetzt mal ganz kurz selber aus meinem Studio ein kurzes Beispiel und zwar von einer Hochzeit, die ich fotografiert habe. Da waren wir zum einen natürlich im Standesamt innen drin und dann später auch draußen. Und wenn du dir jetzt mal anschaust, ich habe jetzt diesen Weißabgleich hier mal auf automatisch gestellt. Das heißt, das Programm hat automatisch ausgesucht, wie der Weißabgleich sein soll. Wir haben hier viele weiße Wände, das heißt, dort kann die Kamera relativ einfach einen automatischen Weißabgleich einstellen, der dann auch gut und realistisch aussieht. In dem Fall hat die Kamera hier einen Wert von 2950 Kelvin eingestellt. Du siehst, es geht also relativ weit hier nach links in den bläulichen Bereich rein, weil wir hier sehr viele Leuchtstoffröhren bzw. Lichter, Kunstlicht haben und damit also den Weißabgleich hier relativ stark nach links einstellen müssen. Später, wo wir dann draußen waren, wo das Brautpaar dann rausgekommen ist, da sieht man jetzt hier schon, da bin ich bei einem Weißabgleich von 5350, wo die Farben relativ normal aussehen. Und da ist also der Unterschied. Wenn ich also normales Tageslicht habe, dann habe ich meistens einen relativ warmen Weißabgleich bzw. ist der wärmer, als wenn ich drinnen bin, weil ich dort mit natürlichem Umgebungslicht arbeite. Und so kann man sich das Ganze dann einigermaßen vorstellen. Das trifft natürlich nicht immer auf alles zu, aber in den meisten Fällen. Im nächsten Schritt kannst du jetzt deinen Weißabgleich mal auf Kunstlicht stellen. Und dann hast du nämlich den Effekt, dass du, wenn du draußen fotografierst, einen sehr kalten Weißabgleich hast, während es drin wahrscheinlich relativ normal aussieht. Der Grund für die unterschiedlichen Farbstiche liegt in der Farbtemperatur, was ein Messwert für die Lichtstimmung ist. Dieser Begriff kommt ursprünglich aus der Physik und gemessen wird die Farbtemperatur in Kelvin. Die darin angegebene Temperatur entspricht der Farbe, die ein komplett schwarzes Objekt haben müsste, wenn es in einer entsprechenden Farbe leuchten müsste. Mit dem Weißabgleich stellst du also deine Kamera ein auf die jeweils entsprechende Lichtstimmung. Der Weißabgleich gibt also vor, welche Messwerte einem neutralen Weiß oder einem neutralen Grau dann entsprechen. Ich hatte ja vorhin schon davon gesprochen, dass ein weißes Blatt Papier auf einem optimalen Weißabgleich auch immer wirklich weiß dargestellt wird. Wie gesagt, damit kann man natürlich auch ein bisschen kreativ werden und ein bisschen spielen. Wenn du zum Beispiel einen Sonnenuntergang fotografierst, dann kannst du den Weißabgleich auch ein bisschen wärmer einstellen, um diesen Effekt der untergehenden Sonne und der Lichtstimmung noch zu verstärken. Wir machen jetzt einfach mal ein paar Bilder hintereinander weg mit unterschiedlichen Weißabgleichseinstellungen in der Kamera, damit du mal den Unterschied wirklich auch richtig siehst. Wir fangen mal bei einer Farbtemperatur von 2550 Kelvin an. Ich mache mal das erste Foto. Und dann gehen wir wieder ins Menü rein und stellen das Ganze weiter nach oben. Jetzt gehen wir mal auf 3500. Machen wieder ein Foto. Du siehst, das ganze Bild wird schon ein bisschen wärmer. Jetzt gehen wir mal auf 4500. Machen wieder ein Bild. Und bei 4500 Kelvin siehst du schon, dass der Weißabgleich relativ normal aussieht. Wenn wir jetzt allerdings auf 5500 gehen, dann denke ich mal, haben wir schon den optimalen Wert hier getroffen für die Szenerie. Gehen wir mal auf 5500. Und das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Jetzt treiben wir das Ganze mal so ein bisschen auf die Spitze. Wir werden jetzt mal wirklich richtig warm das Ganze machen. 6500. Ja, jetzt merkt man schon, dass es ein kleines bisschen diesen Gelbstich bekommt. Gehen wir auf 7500. Jetzt ist dieser Farbstich schon relativ stark. Wir können das wirklich auf die Spitze treiben hier. Mit 8500. Oder auch 9500. Jetzt merkst du, okay, das geht auf jeden Fall in eine Richtung, wo es jetzt schon nicht mehr wirklich gut aussieht. 10.000 ist jetzt hier das Maximum. Und so sieht das Ganze mit 10.000 aus. Wenn man jetzt mal diese beiden Bilder vergleicht, also mit 10.000 und 2500 Kelvin, dann merkt man, denke ich mal, am besten diesen Unterschied. Und wie gesagt, kannst du damit sehr kreativ werden. Wenn du ins Menü reingehst, gibt es natürlich unterschiedliche Voreinstellungen. Mit denen wir hier schon gearbeitet haben. Bewölkter Himmelschatten, Kunstlicht und so weiter. Du kannst aber, wie gesagt, auch deine eigene Farbtemperatur auswählen. Und das ist dann das, wo du wirklich selber richtig kreativ werden kannst. Wo du wirklich auf den Grad genau einstellen kannst, wie deine Farbtemperatur aussehen soll. Und du kannst jetzt hier auf der rechten Seite dann, wie gesagt, auch noch, wenn du hier nochmal drauf gehst, den Farbton auswählen. Möchtest du also eher so ein bisschen Richtung Magenta gehen oder eher ein bisschen Richtung Grün. Gerade wenn wir Sonnenuntergänge zum Beispiel fotografieren, dann bin ich immer jemand, der die Farbtemperatur eher ein bisschen zu warm einstellt und auch den Farbton ein bisschen Richtung Magenta zieht. Einfach, weil ich damit so diese schöne Lichtstimmung, dieses Warme, dieses Gelb-Rötliche vom Sonnenuntergang damit noch ein bisschen besser betonen kann. Wie du den Weißabgleich einstellen kannst, habe ich dir ja eben schon in der Kamera gezeigt. Das kann natürlich von Kameramodell zu Kameramodell immer etwas unterschiedlich sein. Guck da einfach nochmal in die Bedienungsanleitung deiner Kamera rein. Aber meistens ist das entweder ein Knopf, wie gesagt, an der Kamera oder halt im Kameramenü. An dieser Stelle melde ich mich nochmal kurz aus dem Büro. Denn es gibt noch einen großen Unterschied, ob du im RAW-Format fotografierst oder im JPEG-Modus. Denn bei einer RAW-Datei kann ich auch im Nachhinein, also nachdem ich fotografiert habe, in der Bildbearbeitung den Weißabgleich komplett selbst einstellen. Ich habe jetzt hier mal zwei Bilder, das ist genau das gleiche Bild, einmal im JPEG und einmal im RAW-Format. Jetzt bin ich hier gerade auf dem RAW-Format, das sieht man hier unten, .nef, das ist das Nikon RAW-Format. Und wenn ich mal das erste Bild anwähle, dann siehst du, dass das hier ein JPEG ist. Und jetzt achte mal hier auf der rechten Seite auf den Regler Temperatur. Einmal hier im JPEG, da siehst du, dass das Ganze hier den Wert 0 hat. Und wenn ich jetzt auf das RAW wieder gehe, dann siehst du, aha, hier hat das Ganze einen Wert von 5500. Hier kann ich also wirklich die Kelvin-Anzahl einstellen, während ich im JPEG-Modus, ja, das eben nicht mehr kann. Sondern ich kann nur noch das ganze Bild entweder gelblich einfärmen oder bläulich. Das machen wir jetzt einfach mal. Im JPEG-Bild drehe ich jetzt diesen Regler, diesen Farbregler einfach mal weiter nach rechts. Mache das Ganze also wesentlich gelblicher. Und du siehst jetzt, dass das ganze Bild einfach komplett gelblich, also gelbstichig wird. Während wenn ich jetzt mal auf die RAW-Datei gehe und hier jetzt mal diesen Regler, diese Farbtemperatur verändere, dann sieht das ganz anders aus, wenn ich den jetzt hier mal den nach oben schiebe. Vergleichen wir das Ganze mal. So sieht das RAW aus. So sieht das JPEG aus. Und da sieht man schon diesen Unterschied. Das bedeutet, ich kann im RAW-Format also wirklich den richtigen Weißabgleich im Nachgang noch einstellen. Während ich im JPEG das nicht mehr kann. Da ist dieser Weißabgleich quasi schon eingebettet in der Datei. Und ich kann jetzt nur noch einen Farbstich einstellen. Entweder bläulich oder eben gelblich. Aber das ist bei weitem nicht mehr so schön wie der richtige Weißabgleich hier in der RAW-Datei. Von daher kann ich dir immer nur empfehlen, fotografiere nach Möglichkeit immer im RAW-Modus. Dann kann ich das danach auch einstellen. Auf der anderen Seite sage ich aber auch direkt, stell den Weißabgleich schon beim Fotografieren richtig ein. Weil dann kannst du schon in der Kamera selber beurteilen, wie das Bild wirklich aussieht. Ja, man kann natürlich auch mit dem Weißabgleich kreativ werden. Aber trotzdem sollte man da jetzt nicht was mit Absicht völlig Falsches einstellen, damit man es dann im Nachgang noch bearbeiten kann. Das macht ja gar keinen Sinn. Merk dir einfach an dieser Stelle, der Vorteil einer RAW-Datei ist hier ganz klar, dass man den Weißabgleich auch im Nachgang noch korrigieren kann. Und zwar ohne Qualitätsverlust. Das war das Video zum Thema Weißabgleich. Für dich jetzt ganz, ganz wichtig, dass du das Gelernte jetzt auch umsetzt. Und zwar möchte ich, dass du deine Kamera nimmst und einfach mal rausgehst, ein paar Fotos machst und dabei den Weißabgleich selbstständig veränderst. Dass du das nicht mehr auf dem automatischen Weißabgleich lässt, sondern dass du wirklich mal selber in die Kamera reingehst und dir selber die Weißabgleichswerte einstellst. Und ein Gefühl dafür bekommst, welcher Weißabgleich wann Sinn macht. Ob du dann kreativ werden möchtest oder ob du den technisch korrekten Weißabgleich einstellen möchtest, das ist ja vollkommen dir überlassen. Aber man sollte ungefähr ein Gefühl dafür haben, welchen Weißabgleich man wo einstellen sollte. Zum Beispiel jetzt hier Tageslicht ist immer so 5000, 5500 irgendwas dazwischen, wo der Weißabgleich meistens ganz gut passt. Und wenn es dann Richtung Abend geht, dann ist es wieder ein anderer Weißabgleich. Dann könnte man ein bisschen wärmer das Ganze noch machen. Und andersherum, wenn man in geschlossenen Räumen ist, dann macht man den Weißabgleich eher ein bisschen kühler, damit man da korrekt die Farben eingestellt hat. Aber wie gesagt, du kannst kreativ werden. Es ist nicht gesagt, dass du den Weißabgleich wirklich immer technisch korrekt einstellen musst, sondern das ist dir als Fotograf komplett selber überlassen. Denn du bist der Künstler hinter der Kamera, also bestimmst du auch dein Foto am Ende.